so und dann würde ich da vielleicht noch wo ist der zombie wo ist der zombie ich höre dich ganz laut und deutlich die fackel ist da übrigens falsch so dann würde ich da ganz gerne mal schnell wegradieren wollen so und dann würden wir hier vielleicht noch mal eine fackel hinsetzen und da noch mal ein bisschen platz machen so und dann radieren wir dich wieder weg und dich weg und dann kommt hier oben noch mal eine fackel hin ok mein inventar ist offenbar voll so und so so und so so und so und dann würde ich hier gerne noch mal eine fackel hinsetzen da hinten sieht es ja auch cool aus so also der zombie war scheinbar oberirdisch sonst hätte er jetzt nicht aufgehört mit zombieren genau und dann sind wir hier eigentlich schon fast um den see rum da setzen wir hier noch mal eine fackel hin so ich würde mal gerne mein inventar angucken wollen und dann würde ich mal gucken was pass passiert wenn ich den da mache dann hätte ich eine kürbislampe aber die fackel hier die kann ich ja nehmen da hinsetzen und da hinsetzen und dann kann ich das gezuppel hier wieder einsammeln super da unten oder ich beobachte das mal weiter oh die nächste spitze gebitte und dann habe ich eigentlich auch schon fast keine mehr das heißt dann sollte ich eigentlich schon fast wieder zurücklaufen so vier okay und da ist eigentlich auch schon fast nichts ich könnte mir jetzt natürlich hier einen durchschlag machen ich könnte auch noch mal da hinten außen rum gehen aber ich sehe gerade nichts was mich irgendwie interessieren würde groß deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal wieder zurück und dann schaue ich mal was denn da so dann gehen wir hier doch mal zurück um das Eck das war doch hier oder ja hier bin ich runtergekommen soweit ich das weiß ne da vorne bin ich runtergekommen genau quatsch hier bin ich runtergekommen also war nicht ganz so die höhle wie ich sie mir gerne gewünscht hätte oder vorgestellt hätte deswegen könnten wir eigentlich also wir können jetzt eigentlich habe ich kohle dabei ja ein bisschen habe ich das heißt wir können eigentlich noch ein paar fackeln machen klapp äh stöckchen habe ich dann immer noch genug und dann können wir eigentlich schon wieder nach oben was ist denn da hinten das ist die insel oder dann würde ich hier eigentlich fast außen rum gehen da ist die andere ab äh der andere abgang zu der höhle und dann würde ich hier ja ja würde ich aua hier eigentlich noch mal runter gehen wollen ja so was ja genau so was wollte ich doch finden sowas ist doch super ein alter Minenstollen mit einem Zombie so und dann würde ich doch mal sagen okay da gehen wir später hin da gehen wir auch erstmal später hin machen wir hier erstmal Licht oh expected number got string dann würde ich noch mal sagen Spiel starten und ich hoffe ich stehe noch an der gleichen Stelle ok da hat irgendwas gerade nicht so richtig funktioniert aber das soll uns ja jetzt erstmal nicht interessieren da hätten wir Brot da hätten wir einen goldenen Apfel da hätten wir Schienen und wir hätten Redstone schön 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 also hier scheint es auf jeden Fall einiges zu geben zum Beispiel Eisen in der Wand was man sich halt angucken kann aber warte mal wenn dem doch so ist dass wir hier eine Kiste haben dann kann ich doch hier mein unnötiges Gelumpe loswerden ah das Holz will ich behalten den Granit will ich die Erde die Erde können wir behalten so die Schienen würde ich jetzt auch erstmal da lassen dann gehen wir nochmal aufs Schwert da ist noch Eisen da ist noch Eisen so dann haben wir da das Eisen alles eingesammelt und dann würde ich das ja eigentlich wieder zu basteln zack und dann können wir da mal weiter gucken und da ist die Wand okay da ist zu schade 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 ich könnte jetzt natürlich dieses ganze Gelumpe einsammeln ich hätte jetzt gedacht dass wir hier irgendwie da geht es ja noch weiter nach unten dass wir jetzt nicht nur irgendwie ähm da rumlaufen sondern dass wir auch Verbindungen finden mit denen wir einen Stock tiefer kommen zum Beispiel mit dieser Fackel ja Halleluja so ouch zum Beispiel okay hier sein mach das ist so schade aus Okay. So, da oben gibt es ja auch noch Höhlen. Habe ich jetzt schon wieder ein Zombie gehört? Da oben gibt es ja auch noch Höhlen. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich so. Ja, das ist ja auch noch. Okay, hier ist dann alles aufgedeckt. Okay, die ganze Kohle, ich weiß, da gibt es Kohle. Die ganze Kohle, die können wir uns später mal holen. Wenn wir dann... Weil an und für sich ist das cool. Also an und für sich... Das war die Ecke, okay. Wie gesagt, an und für sich ist das cool. An und für sich waren wir da unten jetzt schon. An und für sich war das ja der initiale Einstieg. Und später werden wir dann wirklich genau... Also ich will eigentlich später dann wirklich darunter jeweils. So, da ist unser Gezuppel. Ich laufe hier mal im Kreis. Okay, das ist genau die gleiche Ecke. Da geht's weiter. Wunderbar, okay, haben wir erledigt. Wunderbar, okay, haben wir erledigt. Dann würde ich da nochmal zuklatschen. Zack und zack. Und weiter geht's. und weiter geht's. Vielen Dank.